Der Krieg hat begonnen. Und wir sind hoffnungslos unterlegen. Director Fury, ich denke, es ist soweit. Kommen Sie mit einem Auftrag, Sir? Wollen Sie mich in die Welt zurückholen? Ich will Sie retten. Doktor, wir brauchen Sie. Was, wenn ich Nein sage? Dann überzeuge ich Sie. Was soll ich für Sie tun? Es wird die Avengers-Initiative genannt. Ich dachte, ich wäre untauglich. Offenbar bin ich, wie sagt man, sprunghaft, egozentrisch. Und Befehle zu befolgen ist auch nicht so mein Stil. Und bekanntlich geht Ihnen Stil über alles. Von allen Leuten hier, wer von uns hat das figurbetonte Outfit an? Wie verzweifelt musst du sein, um diese verlorenen Kreaturen zu bitten, euch zu beschützen? Du hast mich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Wir sind kein Team. Wir sind eine Zeitbomb. Auf sowas sind wir nie vorbereitet worden. Leute, ich bringe noch was mit zur Party. Ich verspreche eine stressfreie Umgebung. Keine Überraschung. Au! Hey! Sie haben es echt im Griff, oder? Was ist Ihr Geheimnis, entspannter Jazz? Bongo Tommy. Ist das hier eigentlich alles lustig? Wenn es lustig ist. Freunde? Nein! Ja! 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 Jan 303-0 pitp. Ja!